Musik, Fotos, Videos oder Texte im Netz sind von Personen erstellt. Diese Menschen nennt man Urheber. Diese haben das Recht, ihre Werke zu nutzen oder sie ausdrücklich jemand anderem zu überlassen. Oft leben sie davon. Diese Daten einfach nutzen ist also klauen und geht nicht. Deine eigenen Fotos vom Sonnenuntergang, Videos von deinem Hund oder einen selbstgeschriebenen Text kannst du problemlos ins Netz stellen. Mehr noch, du wirst dadurch selbst zum Urheber oder zur Urheberin. Andere müssen dich vorher fragen, wenn sie die von dir erstellten Inhalte nutzen wollen. Ein Remix von bestehenden Musikstücken ist in erster Linie nicht deine kreative Leistung. Es ist also ganz schön heikel mit den Urheberrechten.